So, jetzt kommt das Ultima dieser A-Bot zur Knüppel-Video. Los geht's! Fuh, du solltest das so funktionieren. Oh man, wenn das einer sieht, wie ich dir die ganze Zeit durch die Gegend tüfe, das ist ja eine Brücke des Todes. Da oben sind natürlich wie immer Räder, da gibt es jetzt nicht drunter durchzuschleichen. Erstmal testen, ob das auch weiter aufnimmt. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt also ernsthaft. Oh nein, wir haben gemerkt, dass ich da bin. Ist jetzt wer? Hö, ich war kurz im Gefahr-Modus, aber jetzt bin ich wieder nur im Vorsicht-Modus. Ist ja komisch. Was da hinten wohl komisch ist, ist. Hö, da ist ja ein UFO. Das ändert ja ganz viel. Es gibt viele, die sind so komisch und gehen immer auf die UFOs los. Das mache ich natürlich nicht. Also im Aim-Bot-Modus braucht man jeden Verbündeten, den man kriegen kann. Weil da ist eben was Gegnerrisches. Da kommt ein 10.000 und so. Stopp! Um! Was! Wah, da ist eine kleine Schotestralle. Immer in den Winde! Immer in den Winde! Oh nein, jetzt ist nämlich die Gruppe offensichtlich erledigt. Wah, 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 wah. Ding, 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 ding. Endlich ist der Kühlschar fertig. Ich habe mich nicht gemacht. So! Boom! Batsch! Oh nein! Es kommt nämlich auch noch eine E-Mod-Korpion. Nämlich der E-Mod hat die Idee gehabt, dass nach dem Tod von dem Gegner manchmal was bauen wird, wenn es sich jetzt passiert. Endlich ist da komisch, dass Korpsio erledigt. Das ist eine Bläh-Fliege. Weg der Knüppel! Ja, es ist voll cool, endlich mal mehr als 30 Sekunden am Stück aufnehmen zu können. Und auch dabei reden zu können. Aber irgendwie brauche ich das Ding einfach nicht. Ich gucke noch mal, ob es aufnimmt. Okay, jetzt ist also alles okay. Ich gucke mich jetzt nicht mal auf das Spiel konzentrieren. Ah, da ist Big Town. Ja, ich habe einen Impact-Ring gefunden. Der bringt da eigentlich nichts, weil der Powerhouse-Gil besser ist. Aber immerhin. Ja. Und ja, ich kann ganz viel tragen. Ich bin nicht drückt eingestellt und je wichtig, dass das Spiel nämlich unspielbar ist. So, dann kann ich jetzt wenigstens mal ein bisschen helfen. Big Town erreicht! Hey, wer sind Sie? Ruhig blut, Mann. Ich mach nur meinen Sorg. Was wollen Sie? Ein Schwarz-Gogel, was? Na gut, schön mal. So. Ah, hallo. Ich bin Bittercup. Es! So, es ist wirklich toll, dass mich endlich jemand versteht. Ach. Ach ja? Keine Ahnung. Ist doch sowieso egal. Was wissen Sie überhaupt? Ihr Ödländer mit euren schmutzigen Klamotten und euren groben Gesichtern. Sie sehen wie ein Serienmörder aus. Sind Sie, äh, schon wie ihr? Aua. Da könnte ich natürlich einen Auftrag holen, aber dann vergeht ja viel zu viel Zeit von dem Video, ohne dass wirklich Action ist. Da hinten warten immer nervige Dummi-Motanten. Ah, so, nein! Sie haben gemerkt, dass ich da bin. Aber auf die habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock. Der will von Dummi-Motanten. Dann gehe ich lieber nach hier. Mal sehen, ob die Ru-Bad-Chi-Tours da hinten drin geschaut gegen mich haben. Ich will da einfach explodieren. Du, die sind ja büschte, die Köpfe. Sie sehen im Dienst, will ich auch nicht. Oh, so ein Fechterbauch, ich war schneller am Stuhl. Hehehehe. Sieh, immer noch so nervig-dumsel. Blutlose-Schläger weggesammelt. Wenn da ist irgendwas Feindliches. Mal sehen, was? Das ist ja vielleicht mal hier. Klopp! Bumm! Zack! Ja! Drei! Zack, 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 zack! Ja, ist ja vielleicht mal nervig. Was? Ah, da ist er fein. Lönne, 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 lönne! Hier, geh bitte, sag mal zu! Hör diese verdammte Todeskalle! Oh, steck da fein! Waaah! Den weis aber, sag mal, nack! Du hast keine Schottse-Gummische Todeskalle! Was man vielleicht noch dazu sagen muss, aus den anderen Videos kennt man es eigentlich immer, dass ich nie getroffen werde. In Wirklichkeit ist es natürlich nicht der Fall, sondern ich lade einfach immer neu. Und hab aus den vorherigen Videos das aber immer rausgeschnitten. Weck geknüpftet. Ach, sehen wir, dass das Nächste weggeknüpft werden wird. Blech! 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 Vielen Dank.